Tja, wenn man so'n Fuchs ist wie ich, braucht man kein Pickett. Hey, was hast du da? Hey, das ist für meine Großmutter. Ola, du hast aber ein hübsches Stämmchen. Für deine Großmutter, oh, keine Sorge, die wird schon nicht zu kurz kommen. Mhhhhh. Was denn passiert mit dir? Du warst doch sonst nie so'n Fuchsie. Wenn man so scharf auf dem Knast bist, dann mach es doch. Lass mich da raus. Fuchsie. Es tut mir leid. Los, ich pisse euch an. Mach die Molle auf. Mach die Molle auf. Mach die Molle auf. Mach die Molle auf. Untertitelung des ZDF, 2020